Boah, ey, ich... Erstmal machen wir was schwer, dann für jeden eine Eisenspitz-Hacke, ich hab' ja schon eine. Ja. Und, ja. Ja, was machen wir mit den Dias? Ich glaub' dann machen wir später Rüstung draus, ne? Ja, ja, wir müssen zwei sein. Ich bin grad, ich leb' so grad gefährlich, ey. So... Clown ist so, ja... Clown ist verboten, ey. Lass' mal fragen. Woll' ich glaub', bestimmt hat er schon was geklaut. Tobi, kein, kein Apfel essen! Die Bromfe für Golden Äpfel. Ah, also ist doch egal, weil ich... Kein Apfel essen, man. Okay, ich hab' endlich den Baum gefunden. Warte mal, ich nehm' mal das... Ich glaub' wir können später genug machen, wenn wir Bäume pflanzen. Ja. Ich bin ganz zettend. So. Was machen wir jetzt? Ich mach' erstmal den Baum kaputt noch. Äh, dann mach' das, dann mach' ich das. Ich hab' nur noch ein Brötchen, man. Ich hab' noch eins. Aber es sind grad' vier Fleisch im Ofen. Okay, dann ist gut. Zwei hab' ich jetzt mal. So, jetzt hab' ich Setzt-Dinge. Drei Stück. Okay. Ähm, was wollt' ich jetzt machen? Na Axt. Wofür brauchen wir Erde? Äh, weiß ich nicht. Äh, ich brauch' welche für die Bäume pflanzen. Für die Bäume pflanzen. Ach so, stimmt. Und... Okay, vier. Ich tu's mal in die Kiste. Ich geh' gleich mit. Ich geh' mal weiter runter. Boah... Ich geh' im Fucker zu wackeln? Ja. Okay. Aber ich brauch' halt eine neue Spitzhacke. Ich brauch' Holz. Ja, ich bring' die gleich. Ich fäll' noch einen Baum, dann komm' ich auch, ja. Dann zwei Bäume gefällt' das gleich. Ja, okay. Dann steh' ich noch jetzt. Ich brauch' noch kurz eine Spitzhacke. Wofür es dann dunkel wird, also... So. Geerde holen eben. Ja. Der Kambi? Wo war ich nicht so? Okay, ich komm' noch aus. Weichen neuen Holz für den Anfang. Ach, äh, Blöcke? Ähm, ja, Eichen. Jetzt habe ich 36 Bretter. Ja. Ja. Und ne Hühnchen. Ja. Äh, das ist doch nicht. Komm. Ich bin noch die Hühnchen. Welche Höhe bin ich eigentlich? Ich bin noch Höhe... Äh, 41. Oha. Voll hoch. So, ich komm'. Brauch' ich jetzt noch Erde, oder nicht? Also, ich hab' Erde. Achso. Ja, ich hab' den Grad auch. Oh, scheiße. Soll' ich hier die Kohle abbauen, die hier noch ist, oder gleich kommen? Ja. Also Kohle haben wir, glaub' nichts mehr, oder? Ja. Oh, Gottes. Ab und dann lauf' ich auch nach Hause. Ich hab' keinen Bock mehr. Mensch. Helligkeit. Schön hell. Geil, ne? Zurück zum Gesuch... Was? Gesuchten. 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 Ja, oder wenn der Mann verzieht er anstatt Singleplayer, ähm... Ich weiß. ...play und anstatt... Ja, voll geil, ne? Das Playtogether. Ruhig, komm'. Oh, meine Ach. Mit 10 Kohle und 36 Brettern und irgendwie so. So... Äh, Michi, hast du die Eisenspielzacke mitgenommen? Ne. Brauch' mir Schäfchen. Was für'n Ding, Schäfchen? Ne. Keine Ahnung. Naja, auf Lamm hab' ich keinen Bock heute. Was für? Schade. Ich hatte Gas als Hühnchen zum Mittag. Das hat mir gereicht. Hühnchen haben wir auf hier in der Truhe. Ich hör' schon wieder Lava, kann nicht wahr sein. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt wird's in der Dunkle, aber ja. Warte, wo war das Ding jetzt? Warte, wo war das Ding jetzt? Ne, würde ich auch sagen, wenn so. Vielleicht verdichtern. Ah, dunkel. Hat einer Knochen? Äh... Ne. Ne. Ah, ich hab' schon mal Seide ein. Nice. Was? Ja, das machst du noch mal. So. Mach' eben nicht so dicht beieinander. Sonst... Sieht zusammen. Was? Bäumchen. Äh... 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 Der ist Eisen. Äh... Soll ich für jeden eine Eisen-Bitacke machen? Oder hast du schon eine Michi? Ne, ich hab noch keine. Ich hab' noch keine. Aber ich kann erst mal sagen, dass wir Schwerter machen was, ey. Stimmt. Ja, oder dass da mach' eben Schwerter. Ja, mach' Schwerter. Oh, Kohle. Ich hab' Kohle. 1, 2, 3. Ich hab' drei Schwerter, warte, komm' her. Bleib stehen. Ja. Bitteschön. Danke. Ich kriege die Deins um in die Truhe, ne Michi? Ja. Ähm... Den brauch' ich nicht, den brauch' ich nicht. Den brauch' ich nicht. Den brauch' ich schon. So. Juhu, Kohle, Alter. Jetzt kommt die epische... Epischer Schwerter und... Stimmt. Ja, weißt du das? Hör' dir jetzt mal an Michi. Ja, ich kenn' den, aber... Ich weiß grad' nicht, wie genau. Okay, hol's durch da rein. Jetzt haben wir 56. Oh, brauchen wir Redstone? Äh, ja, ne mit. Ja, gleich, wenn ich mein Schwerter... Ja, ne mit für das Ding. Ich hab' keine Eisenspitzhacke. Ich auch nicht, oder? Nö. Dann komm' her. Ja, ganz weit unten. Ich hab' nur ne Steinspitzhacke. Ich komm' jetzt... Hä? Ich hab' was, was du machen könntest. Ich bin irgendwie... Hagan. Was? Du könntest... Von der Deck oder vom Boden weg nehmen und dann überall Treppen hinsetzen, dann verbrauch' ich nicht immer beim Rot runtergehen. Boah, bisschen laut, ey. Du bist nur mich hier, rechts oder links? Äh... Links. Nein, nicht dein, nicht dein, nicht dein. Hä? Ich heiß' Kahn, gell? Also nicht Kahn. Man schreibt es nur so. Okay. Kahn? Ja, Kahn. So. Gott, mit Kahn hab' ich ne schlechte Erfahrung. So. Aussprechen so. Aussprechen. Kahn wird mit äh... Doppel A geschrieben. Ne. Ich... Mich schreibt man so. Also, wie's... Mein Name ist, aber... Michi, ich bin hinter dir. Oh. Tobi, wo läuft die hin? Habt ihr noch ne Eisenspitzhacke? Ja. Hab' ihr noch ne Eisenspitzhacke? Ich hab' eine. Äh, Spitzhacke? Ja, hab' ich. Ich auch. Ne, ich hab' gar keine. Stimmt. Haben wir noch Eisen? Mach' mir auch. Mach' mir auch eine. Ich mach' mir auch eine. Eisenschwert. Yippie. Ähm, machen wir uns gleich Rüstung. Also aus dem Eisen was Yippie. Ne, erstmal ne Wurstplatte. Ich mach' mir nur noch kurz ne, ähm, Spitzhacke. Dann. Hast du schon raus, Leute? Nicht jetzt, nein, noch nicht. Schon, mach' mal rein. Ups. Eins noch. Danke. Ah. So. Ist das hier? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich tue's gleich wieder rein. Äh, ähm. Auf Höhe 11. Oh, ich kann dir Mandeln fahren gehen. Und... hier ist ein Eisen wieder rein. Warte, ich hab' der Brustplatte für dich. It's coming Strip Mining. Nice, danke. Okay. Ui. So, wir haben ja noch keinen. Alter, diese Höhlenfurt macht mich voll verrückt, ey. Ja, das... Ach. Ich muss erst mal ein Brot essen. Ja. Ah, geil. Da schmerzt es. Im Minecraft. Was? Michi? Nein, Minecraft. Okay, schade. So. Alles klar. Hast du euch Schwert schon rausgeholt? Ja. Alter, der Sound ist voll geil. Nice, ne? So, ich geh wieder runter. Alter, ich höffel überall Tropfen. Ich weiß. Ganze Zeit schon. Bist du ja mime, oder? Ja. Oh. Ich wieder Strip Mining. Okay, bis jetzt haben sie kein Leben verloren. Ja, das ist... Ja, das ist... Leider. Naja, aber ich will... Ich will ein bisschen, dass die Season ein bisschen langt. Oder sonst wäre es jetzt zu kurz. Ja, stimmt. In der Hinsicht. Ich glaube, den Ender Dragon schaffen wir eh nicht, aber... Wenn wir überhaupt Zeit kommen... Ich glaube, nein, es ist... Es ist eigentlich... Mach mir so. Ich weiß, ich brauche. Irgendwer oder was? Hallo, Boo? Ich muss mir Fackeln noch machen, will. Boo! 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 Was denn? Tobi, Boo! Alter! Hast du mein, ähm... Komm wieder rein! Was?